Jo, meine Knochen-Frau von der Hitze, willkommen zu einer weiteren Folge Last Battle. Wir sind letztens mal gestorben, wir müssen jetzt schnell wieder zur Base. Alex ist auch wieder dabei, hallo, super, toll, toll. Hallo, Freunde. Ich kill noch jedes Schaf. Jo. Digga, wir sind schon jetzt fast am Verhungern. Junge, jetzt komm, lass doch einfach schnell her. Ja, ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ja, leck mich am Arsch. Ich bin hinter dir, ich komme. Schnell nach Home. Ja, das ist echt... Also, Freunde, wir sind jetzt in der Folge. Ich möchte mal ganz kurz auf was aufmerksam machen. In meiner Beschreibung ist der MMOGA-Link von mir. Wenn ihr darüber rauf geht, unterstützt ihr mich, kauft euch dann irgendwie... Dann beschissen wir ernst grad. Du machst schon Werbung für deinen Kack-MMOGA-Link. In der Aufnahme. Richtig, genau. So, falls ihr Black Ops 3 oder Fallout 4 kaufen wollt, da gibt's das Kampfbeidens. Geh, mach's nicht. Bis dann. So, jetzt darfst du weiterreden. Boah, Alter. Der Kiste und Home-Dinger ist einfach 900 Blöcke weg. Boah, fuck, Alter, mein Hunger bleibt nicht. New Home Reno, Alter, 1000 Meter. Ja, sag ich doch. Boah, der ist fast... Oh, mein Hunger ist fast ganz unten grad. Ich guck mal, ob ich was... Ich kann nicht mehr sprinten. Jo, ich guck mal, ob ich hier was finde. Ja, mach das. Na, immerhin haben wir wieder Schwerter. Geh du schon mal in die Richtung von dem, Home. Ich guck mal, ob ich hier was finde. Oh, warte. Wir gehen kurz in die alte Base. Da liegt ja noch unsere Kiste. Vielleicht haben wir da noch Zombie-Hirne drin. Ja, okay, gut. Dann komm ich mit in die eine Richtung. Ich wüsste doch. Irgendwas finden sie gut. Digga, ist das ätzend mit dem Essen. Ich seh unsere Base schon. Oh, guck mal, da ist ein Enderman. Ja, den killen wir jetzt nicht. Na toll. Ja, okay, mach doch, wenn du dich traust. Ja, sagt der, der die Enderpelle nie einsetzt. Und den Goldapfel nicht. Hast du auch nicht? Nee. Ja, die Sache war die, ich war nie... Also, den Kampf über war ich nie so low, dass ich ihn hätte einsetzen müssen. Und da, wo du dann gemeint hast, ich muss weg, ich muss weg. Da haben sie so schnell auf mich geschossen. Das ist, nee. Ich hab dir auch gesagt, nimm ihn lieber vor den Kampf. Da haben wir vorher drüber geredet. Dass diese zwei Extraherzen dir so viel retten können. Ja, ich glaub, in dem Fall hätten die mich nicht gerettet. Ich guck mal, ich guck in der versteckten Kiste. Gehst du hoch? Die haben sich ja dann voll auf mich fokussiert. Ja, wir brauchen auf jeden Fall beim nächsten Battle guten Fokus. So, was haben wir hier? Brot. Und das war's. Ich habe eine Waffekiste, Lava, Lapislazuli, Einstein, Brook Protection. Das kann ich, das könnten wir gebrauchen. Nimm mal einen Ofen mit. So, kommst du? Ist da noch irgendwas drin? Eine Rüstung halt, ne? Hier. Ich brauch keine Rüstung, ich bin nicht so ein Noob wie du. Man braucht immer Rüstung. Ja, wie viel hat's, äh, wie viel Ding hast du noch? Hunger? Ja. Zwei. Zwei? Mhm. Ich auch. Wer isst jetzt das Brot? Ja, iss. Ist das bescheuert, wenn man nicht rennen kann? Das sieht so legendär aus, wie du grad durchs Wasser gehst. Time to farm, alles klar. Boah, noch 500 Glöcke, ey. Der Boy ist am Wasserwalken, 600. Guck mal, wenn du mal überlegst, äh, wie lang wir, oder wie kurz wir eigentlich von da hinten hierher gebraucht haben und jetzt in die entgegengesetzte Richtung einfach mal doppelt so lang brauchen. Ja, da hast du recht. Ja, wo sind eigentlich Maxwell und Tom? Ja, raus. Wie raus? Rausgeflogen. Das geht doch gar nicht. Alles klar, bearschen kannst du dich alleine. Ich guck jetzt nach oben und renn so. Oh, hier ist ein Baum. Weeeee. So nach Hause zu rennen bringen, richtig Spaß. Ey, es ist mal wieder typisch, weisch? Wir sind dezimiert worden und finden einfach nichts zu essen. Da! Schwein. Es ist echt... Ich crowd, ich sneak hin. Ich ess jetzt eins und das wars dann. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell nach Hause sprinten, oder? Juck, bin dabei. So, kommst du? Wir können auch jetzt gleich warten, wenn du willst. Nee, komm, wir müssen weg. Ich hab ein Oven dabei. Ja, hast du Kohle? Ich nicht, Hurensohn. Achso. Ja, aber Holz. Du misst es, Geburt, Mann. Holz hätt ich noch mitnehmen können. Ach, gehen wir nicht auf den Anus, Alter. Was ist denn los mit dir? Komm mal runter von deinem Berg des Zorns. Du, Herr, du, Herr, du, Schakal, du. Allein ich find den Kommentar von dem einen Typen so gut. Zombiehirn? Ja. Das kann ich ja mal essen. Ihr seid schlecht... Nee, ihr seid schlecht und dumm. Sowieso. Deine Mutter ist schlecht und dumm, Alter. Als ich sie gebumst hab, Mann! Oh, ein Cockle Downfall ist das? Ja, immer diese Cheater mehr. Ich wollt nicht rumschreien, das tut mir leid, liebe Zuschauer. Doch, du wolltest das. Du wolltest das. Du wolltest sie als miesgebotener Pizza bezeichnen. Nicht alle. Eigentlich sind alle... Halt ihn auf! Ich hab ihn. Jo. Wo ist er? So ein Star? Okay, keine Ahnung. Ah doch, ich hab ihn. Jo. Zumindest das Fell. Da ist noch ein Zombie. Mach ihn kalt. Töte ihn. Gib ihn richtig. So. Gönn dir, Bruder. Will wo jetzt lang? Ich will hier hoch. Ich lauf mal hier außen rum, okay? Mhm. Weil hier oben waren nämlich noch Schweine. Die hätt ich da. Oben sind Schweine beim Zombie. Das hätt ich gern mitgenommen. Ja, mach doch. Ich kann nicht mehr sprinten übrigens. Alter, wenn mich jetzt... Wenn mich jetzt der Creeper umlegt, ne? Das wär hart, ne? Okay, gut. Wir müssen schnell in die Base. Echt? Ja. Oh fuck. Aber... Ich ragge nicht. Noch drei... Vier Herzen. Alter, Digga. Ich komm zur Base, Digga. Ich komm zur Base. Jo. Bin auch im Stizzle herren. Bin da. Wir sind gleich da, Digga. Wir sind gleich da. Alter. Ich kann schon wieder nicht sprinten. Haben wir das zugebaut? Nein, du musst einmal rum. Du musst rechts, rechts. Nein. Komm hier hoch. Ja gut, renn da unten lang. Bis halt ein behinderter Mongo. Bist du da nichts damit zu tun? Wo muss ich hin? Ach, gehen. So, hier. Da sind wir. Die ist immer nicht peil. Ich denk immer der Eingang ist da vorne. Hast du die... Hast du noch ne Craftingbox? Ne. Bräuchten wir vielleicht. Haben wir keine in der Kiste? Ja. Wie willst du die Kiste aufmachen? Nein, da ist sie nicht. Die ist da, wo du stehst. Nein. Schön mit dem Schwert draufballern. Oh, ups. Ja, läuft bei uns. Kann ich dir helfen? Ich hab nichts gesagt. Mhm. Ich hab nämlich extra den Waypoint dahin gesetzt. Oh. Oh, boss. So, was haben wir da? Essen. Hier, 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 hier. Ich nehme alles mit, ne? Ja, mach. Ich baue alles auf. Äh. Wo waren die Betten nochmal? Äh, da. Aber ich würde die nicht aufmachen jetzt. Okay. War da noch Kohle drin? Warte. Hier sehe ich einfach schon die Ausrüstung. 36 Kohle, ja. Der Kleine. Der Kleine hier. Ich mach überall neun Kohle rein, ne? Ich hab jetzt überall, ja, also in die vier neun Kohle reingepackt. Okay. Da ist noch Schweinefleisch drin. Ja, hier. Ich hab hier noch ein bisschen... Hä, wo ist das Fleisch drin? Da, die Karotten bitteschön. Und das Rottenfleisch auch. Danke. Wie gut haben wir noch? Wir haben zweimal das MG. Ich ess mich damit mal voll. Okay. Ich nehm das Rottenfleisch so lange. Mach das. Also die Piste ist hier noch. Also wir haben noch Mosin Nagant Ammo. MG42 haben wir zweimal. Mhm. Wo ist denn das MG42? Aha, es gibt zwei verschiedene Magazinarten davon. Haben wir nicht noch, äh... Da müsste doch noch ne Spitze... Äh, ne Ding. Ne Dia, oder? Ja, die hab ich hier. Die hab ich hier. Okay. Dann mach mal... Fahr mal ein bisschen Stein. Und dann machen wir Stein... Spitzhacken. Jo. Damit wir einfach wieder schneller klarkommen. Ich brauch... Wir brauchen ne... Achso, warte. Ich vergewalte ja mal kurz unser Urgurt. Nehm ich dafür. So. Ich glaub noch 47 Eisen. Okay. Daraus können wir noch was machen. Hier bitteschön ne Eisenbrustpanzer. Hose. Helm. Hier. Hinter dir ist auch noch ein Helm. Ja. Wieder aufgesammelt. Und... Und... Schuhe. Schuhe hab ich auch noch für dich. So jetzt haben wir komplett einmal... Wo ist der Enchanting Table? Den hab ich auch. Perfekt. Aber ich hab... Ich bin jetzt Level 2. Das bringt uns jetzt noch nichts. Ne. Noch nichts. So. Ich hab aber genug Lapis Lazuli um dreimal zu enchanten. Okay. Das kann erstmal weg. Das kann erstmal weg. Die K98 hab ich noch hier. M1 Carabine hab ich noch. Warte hier. Ich geb dir mal den Cold und die K98 und dann behalte ich die andere. Dann haben wir wenigstens etwas. Hier hab ich noch nen Helm. Ach nee das ist meiner. So sieben Eisen haben wir jetzt noch. Drei MP44 Ammos. Holz haben wir auch noch viel. M1 Carabine Ammo. Ah. Cool. Das haben wir zweimal. Wusste ich gar nicht. Das ist cool. So. Gut. Dann lass mal Farmen gehen. Ja warte ich mach jetzt hier zwei... Ich mach jetzt ne Spitzhacke für dich. Und ich mach auch noch nen Steinschwert für dich. Jo. Ich glaub da kommt ein Zombie an. Hier. Hier. Zwei Sachen für dich. So und ich muss mir jetzt auch noch nen Steinschwert machen. So. 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 Alright. Wir haben auch noch genug für nen Gold Apfel. Mhm. So. So. Das kann weg. Die Sticks behalte ich nochmal. Ich glaube hier habt ihr zwei Gunpowder haben wir auch noch. Fünf Diamanten haben wir auch noch. Wenn wir die jetzt finden wir das natürlich auch gut. Äh. Achja. Wir dürfen ja übrigens Stripmine. Ja. Wollte ich auch was sagen. Das wurde uns erlaubt. Damit wir nicht allzu lange Farmen müssen jetzt. Weil ja die andere Team halt auch raus ist ne. Ja. So. Dann komm mit. So richtig unauffällig. Folter Richtung. Ja. Ich folge dir. Boah. Da ist ein Hase. Naja. Und du hast zu mir gesagt. Naja. Die Threaten vielleicht brauchen wir nicht. Gunpowder. Achja. Ich hab aber kein Diaschwert. Cut. Oh boy boy. Bleib hinten. Yo. Wir haben jetzt wieder drei Gunpowder. Nice. 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 MP 44 können wir uns auch ein, zwei Stück machen. Okay. Hier geht's auch nicht lang. Fick up. Ich hol mir die Kohle wegen Erfahrung. Jo. Ich hab Fackern gemacht. Das bräuchte ich auch mal wieder welche. Ich hab gleich welche rippen. Oh boy boy. Ja. Warte hier. Hier liegt die Hälfte. Achso. Du bist immer noch da hinten. Du Mongo. Junge. Was soll ich denn machen? Wir brauchen eine Erfahrung. Ja. Aber wir müssen doch erstmal eine Höhle finden. Das können wir doch unten auch noch holen. Aber die Folge ist ja gleich schon wieder vorbei. Ja. Komme. Stimmt. Wollen wir noch so zwei Minuten dazu? Ja. Na. Na eine. Wir haben nach einer Minute angefangen. Um 16 machen wir. Creeper? Oder. Ja. Warte. Hör mal du dich um den Zombie. Hat nichts gedroppt. Brennlich ne Hexe ne. Ja. Vielleicht droppt ihr was gutes. Warte. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hä? Hä? Hast du sie nicht gesehen? Ich seh sie nicht. Warte. Die war. Die ist genau da wo du eigentlich grad bist. War die grad noch? Egal hier ist noch ein Creeper. Noch besser. Oh zwei Gunpowder hat er gedroppt. Nice. Also sie war auf jeden Fall grad noch hier. Ich bin Level 4 schon wieder. Das heißt wir können fast alles enchanten. Ich bin auch Level 4. Ja noch Level 5 und dann oder naja Level 10 ungefähr. Da ist noch ein Creeper. Wo? Da. Ich seh ihn. Ich bin da. Da ist noch ein Creeper. Da ist noch ein Schwein. Warte. Ich hol mir das alles. Haps. Oh. LOL. Huuu. Ein Herz gehabt gerade. Ich hab ein Herz gehabt gerade. Ich hab grad voll in der Luft geschwebt. Ja. Ich bin ja auch hoch geflogen. Du hast voll rumgebackt. Oh. Der ist an Fallschaden gestorben. Wow. Oh. Was greift mich an? Dicker. Hast du mich angegriffen? Du löscht immer in meinen Schlag. Immer. Wenn du siehst, dass ich diesen scheiß Hasen töte. Lauf mir. Dann schlag doch nicht, du Mistgeburt, Alter. Ich hab zugeschlagen. Dann kamst du auf einmal von hinten, du Mistgeburt. Ich war vor dir, Alter. Ich bin immer vor dir, weil du nichts könnener bist. Hier ist noch ein Schwein. Ich komm lieber runter in die Höhle, Mann. Du stimmst doch immer als erstes. Stimmt doch überhaupt nicht. In der ersten Staffel bist du gestorben. In der ersten Staffel bist du gestorben. In der ersten Staffel bist du gestorben. Ist es. Ja, weil du dich verkisst hast wie so ne Muschi. Nee, ich hab Zeug für uns geholt. Hier ist ne Höhle. Hier ist ne Höhle. Komm. Wo denn? Ich bin auch grad wo reingelaufen. Oh, Junge, Mann. Du gehst mir so auf den Sack mit deinem Unfähigen rumgelaufen. Jetzt komm her, Mann. Ich bin doch schon da, Alter. Chill doch mal die Lifestyle-Base, Alter. Ach, du bist ein Nichtskönner. Das bist du. Maul. Ja, warum hast du da nichts gerissen, hm? Wer hat sein Schwert gedroppt? Ja, wer ist als erstes gestorben? Du, oder? Ich werd dein Gold dafür nicht mehr gegessen. Du, oder? Ich muss weg. Ich muss weg. Maul. Ohne Witz, das ist das letzte Mal, dass ich im Team mit dir bin, Alter. Das letzte Mal. Weißt du, vor der Battle Staffel, du noch so. Willst du sicher, dass du mich im Team haben willst? Oh, Mama. Weißt du, und ich noch so nett, so genetig wie ich bin. Weißt du, mit meinem Fame. Ja, wahrscheinlich. Sag ich hier, komm. Wir sind eh wieder zusammen mit deinem Team nächstes Mal. Am Arsch! Natürlich. Lass hier einfach Strip-Mind. Komm, wir gehen hier gleich runter. Kümmer du dich mal um die Hartz-IV-Stange, Alter. Die Hartz-IV-Stange? Komm, wir gehen hier runter. Okay. Und sonst so seid ihr öfter hier. Ich sehe schon wieder, komm, ich schneide es nachher wieder raus. Alles. Die Folge geht bestimmt drei Minuten, weil wir voll still sind diesmal. Ja. Ja. Wobei, jetzt so die letzten paar Minuten haben wir immer. Ja, okay, okay. Folgen, ne. Aber schon dreimal, Alter. Schon wieder so lange Folgen, ne. Na gut. Na gut. Schau bei den anderen vorbei. So viele sind es ja nicht mehr. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht es gut, Leute. Buh! Tschüss.